Niko O, The One Hand Gamer. Name ist Programm. Auf die Suche machen nach ein paar Kadavern, die hier echt mies verteilt sind, muss ich sagen. Ja. Aber immerhin weiß ich jetzt, wie die aussehen. Oder auch nicht. Vielleicht was anderes. Da liegt noch was. Och Gottchen. Okay, alles klar. Es sind also nicht nur die Basilisken, sondern hier auch noch die Skorpione. Aber gut, dann bleiben wir jetzt mal hier. Laufen einfach mal ein Stückchen weiter und gucken mal, was sich hier so noch finden lässt. Da ist noch ein Taucher. Hier ist auch noch ein Taucher. Ist das da hinten? Ne. Da hinten ist nix. Da, 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 da. Da haben wir noch ein Skorpion. Vier von zehn. Das läuft doch. Läuft doch ganz gut. Da kommt der fünfte. Grüße dich. Oh, und hier gleich. Oh, super. Zwei Stück auf drei. Ui, geil. Ups. So. Sechs. Sieben. Zurücklaufen. Oh, da liegt noch einer. Acht. Mal schön die Augen aufhalten. Wir haben es gleich geschafft. Ey, prima. Neun. So, pass auf, jetzt der Letzte. Der Letzte, das ist immer so eine Sache. Also, ich weiß auch nicht. Irgendwie, ich will nicht sagen, dass da immer so ab und zu der Wurm drin ist, aber den Letzten aufzuspüren, prinzipiell, letzten Gegenstand und so weiter, das dauert dann immer ein bisschen länger. Aber das ging hier doch ganz fix eigentlich, weil jetzt habe ich hier schon zwei, drei zur Auswahl, aber ich nehme hier gleich die Mitte. Also passt das und wir können jetzt mal kurz hier zurückschwimmen. Äh, ja, 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 jetzt, jetzt, genau. Wir schwimmen jetzt hier mal ganz kurz zurück. Geben die restlichen Quests ab. Und, ähm, ja, mal gucken. Mal gucken, was wir dann machen. Also, ja, ich denke mal doch, okay, gut. Für die Folge werde ich noch ein paar Quests machen. Und dann in der nächsten Folge werde ich dann wohl mal, äh, die ein oder andere Instanz mal rennen. Dann leveln wir nämlich ein bisschen schneller. Uh, so, ich bin da. Hallo. Schönen guten Tag. Ich war lange nicht mehr hier. Ich weiß, ich weiß. Aber ihr habt mich ja trotzdem wiedererkannt. So. Fussel, zisch. Pass auf. Ich habe nämlich Folgendes für dich. Äh, oder du für mich. Guck mal hier. Stärke. Geil. Äh, äh, Drechselknacksring. Gut, den... Der wird mal ausgetauscht. Äh, ob. Der da. So. Jetzt noch die andere Quest abgeben, die nicht hier ist, sondern oben wahrscheinlich. War doch, ne? Glaub ich. Ich weiß es nicht mehr. Ach doch, doch. Muss hier oben gewesen sein. Ja, da. So, prima. Das war es dann schon. Hier gibt es keine neuen Quests zum Annehmen. Ich müsste mal dringend die Taschen leeren. Äh, mach ich bei Gelegenheit. Jetzt erstmal nicht. Äh. So, wieder hier runter. Also kurz zurücksträtzen. Was ihr wolle. Was ihr wolle. Wer ihr seid denn? Wie geht's denn so, Mann? Wie geht's denn so, Mann? Irgendwie ganz gechillter Typ. Grüße, Mann. Grüße, Mann. Ja, die Trolle sind sowieso, Mann. Also die Trolle sind echt das gechillteste Volk, was es in, äh, in Warcraft gibt. Absolut geil. Obwohl, nein, die, also, die, die Trolle sind gechillt korrekt. So ist richtig. Gechillt korrekt oder korrekt gechillt. Ähm. Aber die Pandaren, die sind, die haben Ruhrpult 22. Also mindestens. Weiß ich nicht. Die, die, also, bei denen ist es echt so, die sind sowas von, äh, die sind Hochleistungssteller. Möchte ich mal so sagen. Der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Äh, die, auf den, ich kann's nicht beschreiben, keine Ahnung. Sind auch, sind auch sehr, sehr entspannt. Keine Frage. Aber anders entspannt als die, als die Trolle. Irgendwie so, ähm, sicherer entspannt, kann man das sagen? Oder so, so weise entspannt. Auf eine sehr weise Art und Weise. Äh, weise Art und Weise, weiß Bescheid. Auf eine sehr weise Art und Weise. Das Ding ist, das war so, das war, glaube ich, auch, äh, deutsch, praktisch, technisch, äh, korrekt. Glaube ich. Ne? Ich will jetzt nicht angeben, so von wegen, ja, hier, äh, deutsch 2, 1, 1,5. Ne, deutsch 4. Ja, man. Weißt du, da haben schon welche zu mir gesagt, Alter, du musst mal unbedingt Englisch lernen. Ich sag Englisch, das bringt, Englisch zu lernen bringt mir nicht viel, wenn ich meine eigene Muttersprachen noch nicht mehr richtig drauf hab. So, Punkt. Ganz einfach. Da mussten dann viele schon lachen. Aber, ist halt so. Ne? Aber ich glaube, dieses weise, weise Lehm, ich glaube, das war, das war gar nicht mehr so falsch. So, okay, hier kriegst du jedenfalls deine 10 Kadaver, was darf jetzt sein? Extrahiert die Seele von Tirith, dem verrückten Magus. Was kriegen wir denn, was dafür schön ist? Oh, mal kurz gucken. Ah, hier noch ein Ring mit 2 plus Ausdauer. Ja, warum auch nicht? Ne Robe kann ich nicht gebrauchen. Gut. Was muss ich dafür tun? Ungültiges Ziel. Warte mal. Oh Gott, nein. Ich muss jetzt... Klar, warum auch nicht? Darf ich wieder in die Hülle rein oder was los? Ah, müssen wir mal gucken. Immer dieses Hin und Her. Ich meine, gut, an dieser Stelle kann ich es verstehen, weil hier sich durch die Horde zu kämpfen, das... Oder durch die Gruppen zu kämpfen, das ist für eine... Für einen allein, also jetzt hier für die Trolldame, nicht unbedingt gerade sehr... Äh, sehr entspannt. Womit wir wieder beim Schillig-Thema wären. Äh, aber trotzdem, also wenn ich schon weiß, dass ich hier irgendwas machen muss, ne? Also wenn ich als NPC weiß, dass hier irgendwie was zu machen ist, was ich machen muss und ich bin auf Hilfe angewiesen. Oder ich weiß, ich bin vorweg schon auf Hilfe angewiesen, dann mach ich das doch nicht. Dann geh ich hier doch nicht hin und, 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 äh, ne? Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Geht mal beiseite. Ich will hier... Hallo. Wie geht die jetzt hier? So, das konntest ich nicht entscheiden. Und ja, ich weckere wieder. Ha! Mano kratzt voll drauf. Geil. Habt ihr es gesehen? Ist ja jetzt abgebaut mit dem Rücken zum Ärzt. Warum auch nicht? Weil es gechillt hier war. Ich glaub, gechillt, das wird jetzt wohl echt der Titel dieser Folge. Gechilltes Leben. Wieso? Gechillt? Nein. Gechilltes Spielen. So ist richtig. So, und ich bin hier auch, äh, goldrichtig. Und ich bin schon wieder goldig betrunken. Ah, Nerv. So, da haben wir. Da haben wir ihn. So, jetzt nochmal kurz eben den Skorpion hier ein bisschen. Ein bisschen lünchen. So, das war's doch schon. So, jetzt nochmal kurz gucken. Benutzt an der Leiche von Tri den verrückten Magus anwenden. Da der Typ noch nicht tot ist, müssen wir ihn erstmal umbringen, offensichtlich. Cleveres Kerlchen. Das geht ja auch ganz fix. Während der gechillte Geist hier ganz, ganz entspannt hinter uns steht und sich das einfach nur anguckt. Ja, nee, ist klar. So, tot. Draufgesetzt. Und fertig. Kann ich hier... Oh, oh, mehr Stützpunkt. Oh, ich kann hier... Geil. Ich glaube, ich hätte mich gar nicht da durchbolzen müssen, ne? Ich hätte einfach nur durch das Portal bei ihr gehen müssen, dann wäre ich hier angekommen. Oh, ist egal. Passt schon. So, Mitril. Wieder runterreiten. EP 400. Ja, der zieht. So. Tada, wir sind wieder da. Geil. So, ich hätte gerne den Ring von dir. War nicht spannend. Was passiert jetzt? Ich lebe. Juhu, er lebt. Danke, Mann. Ihr habt eure Wort gehalten. Das weiß ich zu schätzen. Ihr habt euer Wort gehalten. Ich muss zurückkehren. Ich bin mir sicher, dass wir uns wieder über den Weg laufen werden. Nächstes Mal revanchiere ich mich. Tschüss. Schätzchen. Bis später. Nein, ganz sicher nicht, Toni. Geht weg. Ich muss mir eine Verabredung herbeibeschwören. Boah. Ja, geil. Supi. Das war's dann also auch schon. Das war der Ring, ne? Ja. So, war dies, war dies, war dies. Perfecto Mundo. Okay. Jetzt müssen wir also, wir sind wieder hier. Tada. Jetzt müssen wir einmal da hin. Und einmal da hin. Ich muss sagen, wir gehen da hin. Das ist, glaube ich, ein bisschen dichter. Das war doch ganz nett, dieses ganze Hin- und Tag-Renne. Neh, nehm ich nicht, ne. Ich nehm keine gechillte Abkürzung. Noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwie durchkomme. Komme ich hier irgendwie durch? Ne. Nein. Ich, äh, laufe dann doch mal lieber den anderen Weg. Den noch nicht hier. Oh. Die werfen hier mit Alkohol. Geht gar nicht. Hallo. Boah. Üh. Okay. Oh, das Schwimmen wird gleich eine schöne Sache. So. Oh, krass. Das war mit Auge. Uff. So, pass auf. Ich lasse jetzt einfach mal, also ich lasse die rechte Maustaste, die ich für die Steuerung benutze, lasse ich einfach mal los. Guck mal, jetzt schwimmt der, wie er will. Rauf. Nochmal rauf. Und jetzt, äh. Bleibt sogar stehen. Krass. So, habe ich hier jetzt irgendwie... Tauchen... Nö. Entschlossenheit. Dating und Champion. Okay, mal. Ich habe hier keinen Debuff drauf. Keinen. Aber da unten ist Erz. Das Erz hätte ich gerne. Die Zeit nehme ich mir. Guten Tag. Eisen. Prima. Und dann 25 Punkte schon. Auf... Bergbau. Ja, da unten ist noch ein Eisen. Oh, ich glaube, das nehme ich auch nochmal mit. Der Typ jetzt hier am Mainhacken, der interessiert mich herzlich wenig. Wird gleich noch der zweite dazukommen. Höchstwahrscheinlich. Weiß ich noch nicht. Ah ja, gut. Der ist jetzt aufwächst. Sehr schön. Vitri kann ich jetzt abbauen. Supi. Wieder aufsetzen. Hochschwimmen. Und weiter geht's. Oh. Ich glaube, ich müsste die rechte Maus, das ist nochmal gedrückt halten. Was haben wir hier denn? Spiegelpanzerschnapper. Die sind dort. Fünf Stück an der Zahl und die sind dort. Wieso sind die dort? Weiß ich nicht. Da unten ist noch ein Erz. Ach. Ne, komm, jetzt bin ich hier schon ganz oben. Lassen wir das. Ihr fühlt euch beschwipst. Hui. Ach, warte. Sag bloß. Erzähl mal was Neues. Eh. Wäre gar nicht richtig hoch hier, der Junge. Oh. Oh. Da möchte man mal meinen, hey, man selbst ist betrunken. Nein, der Wolf ist gleich mit betrunken. Geil. Obwohl, nee, Moment, wir sind so betrunken, dass wir eben halt den Wolf einfach nicht mehr führen können. So ist richtig. Und da unten ist noch ein Erz. Das werde ich mir schnappen. Das ist nicht sehr weit weg. Goldader. Ich werde bekloppt. Meine erste Goldader mit 25 EPs. Warum auch nicht? Ach, da hinten ist noch ein Erz. Ne, ne. Jetzt, nein. Nein, 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 nein. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist es finito. Oh. So. Jetzt, äh. Giftige Wolkenschlange. Jawohl. Ich muss hier längs hoch. Vorsichtig. Hier hoch. Und. Bam. Auch nicht viel. Du pass auf. Ähm. Ähm. Ne. Die Quest lehne ich mal ab. Jetzt reisen wir nämlich kurz eben. Huuuup. Huuuup. Jetzt reisen wir zum anderen Fragezeichen. Geben da noch die, äh. Die Quest quasi ab. Oder je nachdem, was wir da abzugeben haben. Und, äh. Dann. Ach, da hinten ist es. Äh. Dann. Schauen wir weiter. Äh. 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 Er zerbauen, er zerbauen, er zerbauen. So. 260. Mitriel. Ja. Schöne Sache. Oh Mann, wenn der Wolf ja, wenn ich so betrunken werde. Guck, soll ich das sein? Oh, und wieder runter. Jawoll. So. Und. Ja. Ja. Gerade. Gerade. Ja. Jetzt ein bisschen, naja. Noch nicht ganz gerade. Aber gut. Bleiben wir so. Ist auch okay. Jetzt haben wir nur einen leichten Links- oder Rechtsdreher. Das ist, das ist okay. Das ist, ja. Oh, das passt. Außerdem habe ich das Gefühl, dass wir so echt schnell unterwegs sind. Hm. Auch gut. Ob. Einmal über die Schlucht. Und wieder runter. Runter, runter, runter. Sehr schön. Und Feuer. Na gut, Feuer ist gerade... Ha. Wir brennen ja eh schon aus den Füßen. Aus den Schuhen. Sieht übrigens echt... Das sieht schon sehr geil aus. Ah, herrlich. Wie so Kondenswasser bei Flugzeugen. Und ich habe nichts gesagt. Nur nicht ganz so schön. So Kondenswasser. Bin ich bescheuert? Kondenswasser. Ach. Vergiss es. Lass... Nein, ich habe nichts gesagt. Vergiss es. Alles gut. Ist schon früh. Ist noch früh. Ist schon früh. Ja, ja. Ist noch früh. So. Okay. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Beginn der Kampf. Okay, warte mal. Dann gehe ich wieder runter. Moment. Sekunde. Halt. Stopp. Ganz ruhig. Ganz ruhig. So. Oh, ein Rahmob. Den stammen wir uns gleich mal. Wollen wir den platt machen? So. Und bitte. Prima. Was haben wir gekriegt? Oh, nein. Schade. Aber fast. So, wo ist denn das Fragezeichen jetzt hin? Wo ist das Fragezeichen? Sag mir bitte nicht, dass es jetzt hier irgendwie... Och, nö. War das nicht hier oben? Da oben auf dem... Oh, Gott. Da oben auf dem Boot. Seufz. So, hier muss ich jetzt mal raufkommen. Ah. Langnase. Eiscremeverkäufer. Geil. Sonderlieferung. Bitte schön. Quest spenden. Nein. Ablehnen. Äh. Mal sehen. Was hat er denn hier zu verkaufen? Benutzen. Stellt im Verlauf von 40 Sekunden insgesamt 880. Gesundheit wieder her. Hier muss man beim Essen sitzen bleiben. Äh. Schön. Wir verkaufen. Das Schwert. Den Ring. Den Ring. Ja, die Armschinen. Den Kopf. Das Zitrin. Den Mondbeersaft. Den Bogen. Das Fleisch. Das Blut. Das Bein. Den Käse. Also den Brie. Oh, stopp. Oh, da haben wir uns hier auch eine geile Geschichte zu erzählen. Aber das mache ich in der nächsten Folge. Cliffhanger. Ja, ich habe es drauf. So. Alles kommentierlos. Tin-Ärzte. Na, na, na. Da brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ist auch weg. Auch weg. Ringe. Pff. Brauche ich nicht. Was haben wir hier noch? Achso. Äh. Die Schuhe. Ja. Hier haben wir nochmal. Okay. Verkaufen. Flüssiger Rum. Flüchtiger Rum. Verkaufen. Äh. Ja. So. Das war's. Wir haben schon über 200 Seilenstoffe statt. Am Start. Geil. Nomad. Gut, Kinders. Ich hätte auch die ganze Zeit hier mit dem... Oh, ich Idiot. Lassen wir es. Ist egal. Folge ist vorbei. Dankeschön fürs Zugucken. Äh. Wir laufen in der nächsten Folge. Oder ab der nächsten Folge mal ein paar Instanzen. Habe ich jetzt voll Bock drauf. Außerdem leveln wir so schneller und ich habe hier keinen Bock mehr auf die Quests. Von daher, Dankeschön fürs Zugucken und schaltet auch in der nächsten Folge ein. Mal sehen, welche Instanzen wir laufen werden. Und mal sehen, ob wir überhaupt noch eine Instanzen laufen werden können. Ich werde es mal so machen. Wir sehen uns wieder, wenn ich eine Instanzeileitung habe. So machen wir es. Also bis dahin, Dankeschön fürs Zugucken und schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Ich freue mich auf euch. Tschüss. Macht's gut. Gehabt euch wohl. Auf bald.